Morgen, heute ist Donnerstag, der, jetzt muss ich nochmal auf die Uhr gucken, 17. Mai, nicht, dass ich das falsche Datum sage und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unseren heutigen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer in diesem Webinar durch ein paar meiner Ideen, die ich wie immer jeden Morgen auch im Blog veröffentliche. Den Blog finden Sie, wenn Sie nicht direkt auf Facebook schauen, hier im Blog-Eintrag auf Tickmill einfach mal da raufklicken. Hier ist der Link zu sehen, wo wir alle dieser Handelsideen für Sie aufbereiten, wo Sie immer wieder nachschauen können, wo Sie innerhalb der Ideen dann auch im Nachgang noch einmal die Videos zu den Handelsideen auch betrachten können. Also hier auf blog.tickmill.com finden Sie alle Informationen und natürlich auch in anderen Internetforen. Die Zuschauer kommen ja mittlerweile auch von anderen Foren in die Webinare mit hinein. Von der Seite her freue ich mich über eine wachsende Teilnehmerzahl. Das macht unheimlich viel Spaß hier so schöne Ideen jeden Morgen mit Ihnen zu teilen. Kommen wir zum Risikohinweis. An dieser Stelle der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren hier ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das bitte ich wie immer um Kenntnis zu nehmen und dann geht es auch ohne viele Worte direkt weiter mit der Vorschau auf die Tagesnachrichten, weil Nachrichten Märkte bewegen können und das ist wichtig zu wissen. Sie können häufig massive Kursbewegungen auslösen, gerade in den kleineren Zeiteinheiten. Und aus diesem Grund ist es wichtig vorbereitet zu sein, damit Sie hier auf dem richtigen Fuß erwischt werden. Was gibt es heute an Nachrichten? Sie sehen es hier in der Tabelle. Die höchste Relevanz hat heute Nachmittag um 14.30 Uhr aus den USA der Filifed Herstellungsindex. Dann gibt es am Vormittag um 11 Uhr die Handelsbilanz für den März in der Eurozone. Dann um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag gibt es eine Rede bei der EZB. Um 14.30 Uhr erfahren wir dann, wie viele Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA gestellt worden sind. Um die gleiche Uhrzeit gibt es dann den Filifed Beschäftigungsindex. Und am Nachmittag um 16.45 Uhr gibt es noch eine Rede eines FOMC-Mitglieds ebenfalls in den USA. Also hier gibt es am Nachmittag auch noch ein paar Dinge, die Bewegung in die Märkte hineinbringen könnten. Wenn Sie persönlich auch Fragen haben zu einem Wert, einem Wunschmarkt, wie auch immer, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie hier auf Facebook auch live zuschauen, tragen Sie in den Chat einfach kurz den Wunsch ein. Und dann können wir dann im Folgenden auch nochmal auf den ein oder anderen Wunschmarkt schauen. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu den Charts, die ich für Sie heute mit vorbereitet habe. Ich habe im Blog geschrieben, heute habe ich einen Blick geworfen auf das Silber, auf den Kandeller Schweizer Franken und den Schweizer Franken japanischen Yen. Und wir fangen gleich einmal mit dem Edelmetall an, dem Silber im Tagesschart. Das Ganze auch eingezeichnet. Und die Situation, ich hoffe es ist nicht langweilig, es kommt immer wieder dasselbe, ist wie sie seit Wochen vorherrscht im Edelmetall-Silber. Wir haben eine Seitwärts-Range zwischen hier oben den Marken so über den Daumen um die 16,75, 16,80 und unten die Range-Begrenzung um die 16,15 Dollar hier in diesem Bereich. Und Sie sehen, oben läuft der Markt immer mal kurz rüber, hier ist er mal ordentlich ausgebrochen und dann aber auch direkt wieder zurückgekommen. Wenn er unten ist, macht er häufig das Gegenteil, er stößt unten an und läuft sehr sehr oft nach oben. Und das ist nett vom Markt, weil hier gibt es dann natürlich immer wieder Trading-Möglichkeiten, die wir hier im Bereich dieses Edelmetalls auch sehen, während der Markt innerhalb dieser Range hin und her pendelt. Das heißt, wenn er dieses Spielchen weiter betreibt, von unten nach oben, von oben nach unten, sind die Chancen natürlich auf unserer Seite, wenn wir irgendwo im unteren Bereich oder am oberen Bereich in den Markt hineingehen können an dieser Stelle. Also das heißt, hier ist wirklich gesagt, der Blickpunkt sollte sein, dass man optimalerweise wirklich vom unteren Bereich, also hier ist ja der Markt gestern Abend oder gestern im Laufe des Tages auch mal unten ran gelaufen, dass man es schafft, dort ranzukommen und dann den Weg nach oben mitzugehen, weil Sie sehen, diese Abpralle funktionieren wirklich relativ gut in den letzten Wochen. Man kann schon sagen, in den letzten Monaten, das Ganze läuft ja schon seit Februar in dieser Seitwärts-Range. Deswegen ist es ganz gut, wenn man hier das Ganze vom Wert her aus den Extrembereichen dieser Trading-Range betrachtet. Im Bild sehen Sie hier auch wieder die Unterstützungen unten und die Widerstände im oberen Bereich eingezeichnet. Sie sehen hier auch die Magenta-Farbenen, die suche ich ja immer aus dem Chart der Stunde heraus und hier sehen Sie einmal, die Stunde ist mittlerweile schon wieder mit einem Aufwärtstrend versehen. Also hier trendet der Markt vom Prinzip her hier Stück für Stück nach oben, beziehungsweise wenn man es richtig nimmt, hier war das letzte Korrektur-Tief, hier war das, Entschuldigung, hier war das letzte Tief im Abwärtstrend. Wenn man das als Bewegung nimmt, das war das Tief, dann gab es ein Hoch, dann gab es nochmal ein leicht tieferes Tief. Der Markt hat jetzt hier diesen Abwärtstrend rausgenommen, korrigiert momentan und läuft so Stück für Stück hoch. Also es ist ein Markt, der Stück für Stück nach oben läuft. Hier ist er mal ganz kurz drüber gelaufen. Fachlich ist es momentan hier ein Aufwärtstrend in seiner Korrektur. Aber ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Es ist schön, wenn man unten reinkommt, aber für diejenigen von Ihnen, die sagen, gut, mit einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis kann man hier auch noch die oberen Punkte mit antraden, ist es immer einen Blick wert, wenn es die eigenen Handels-Setups hergeben. Denn die Marktdynamik ist natürlich da und wenn wir innerhalb des Tages traden, bilden sich häufig auch Trends innerhalb vom Tag. Das sehen Sie auch hier in der Stunde. Und wer sich das mal beispielsweise hier in den 15 Minuten auch anschaut, wir haben halt hier auch Trends immer wieder in den Charts zu sehen, die man traden kann. Nicht immer, aber immer wieder und immer häufiger. Und dann kann man solche Dinge halt auch nutzen, aus den Korrekturen heraus, wenn sich jetzt ein Abwärtstrend oder ein Aufwärtstrend bildet, die Trades entsprechend zu eröffnen. Aus diesem Grund immer wieder ein Blick in die Gesamtsituation laufen. Heißt also, wenn der Markt hier nach oben läuft, was er ja schon mal gemacht hat und sich wieder dafür entscheidet, nach oben zu laufen, haben wir hier die Widerstände mit der Range-Obergrenze hier auf der Oberseite. Sollte der Markt allerdings, genau wie das das Gold gemacht hat, zur Schwäche neigen und den Bruch nach unten wagen, dann haben wir hier die nächsten Unterstützung relativ naheliegend, um die 16,6. Und hier dann etwas weiter noch um die 15,98, also knapp 16 Dollar. Dann sehen wir hier unten um die Tageskerzen auch noch bei 15,82 und hier das Tief unten bei 15, knapp 62 im Markt liegen. Das heißt, wenn das Ganze passiert, dass auch das Silber nach unten wegbricht, gibt es hier definitiv auch schöne, ja sage ich mal, Trading-Tendenzen auf die Unterseite. Wir müssen einfach aufpassen, was der Markt hier macht. Ich habe Ihnen das ja gerade gesagt vom Gold, deshalb ziehe ich den Goldschart einfach mal kurz hier raus. Schauen Sie mal, wir hatten im Goldschart hier ebenfalls eine Range, die die Unterseite in diesem Bereich hier hatte und die Oberseite in dem oberen Bereich, also hier ganz knapp. Und jetzt ist es hier tatsächlich passiert, dass der Markt unten rausgebrochen ist und dann doch mit einer starken Dynamik das Ganze weggenommen hat. Warum? Weil halt hier in diesen Bereichen immer wieder Unterstützungen sind, die einfach gebrochen worden sind. Hier war eine gewesen, dann lagen sozusagen die Tiefs der Vortag, also diese Kerzen hier, lagen auch relativ eng beieinander und das kann dann schon relativ fix mal für Dynamik auch nach unten sorgen. Ja, momentan, Sie sehen es selber, gestern hat der Markt hin und her geschwankt, aber hat sich nicht entscheiden können, in welche Richtung er möchte, also nahezu unverändert verschlossen. Wir werden sehen, wie es hier weiter geht im Edelmetallgold, aber das soll jetzt hier nicht unser Fokus sein. Wir gehen in den nächsten Markt und zwar der Kandoller Schweizer Franken und zwar hier haben wir ihn im Tagesschart auch wieder interessante Geschichte. Wir hatten das Ganze ja schon mal besprochen, wenn wir uns den Trendverlauf hier anschauen. Wir hatten hier innerhalb der letzten Bewegungskorrektur eine ordentliche Korrektur. Gestern hat der Markt hier einen richtigen Move gemacht und Sie sehen, auch heute dreht der Markt schon wieder rum nach oben. Das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass wir hier die Chancen sehen, dass der Markt wieder oben an diese Hochs ranläuft. Und wenn das Ganze passiert, dann sehen Sie auch schon im oberen Bereich hier dieses Hoch an dieser Stelle, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt. Das heißt, der kurzfristigste Anlaufpunkt wäre dieses Hoch hier oben, das aktuelle Trend hoch bei, was haben wir da, die 0,78,642. Und dann haben wir hier oben das Hoch, was der Markt im, wann hat er es geschrieben, im Januar, Anfang Januar geschrieben hat, bei 0,79,148. Und wenn wir uns das Ganze mal noch etwas kleiner zoomen, dann haben wir hier nicht viel weiter weg hier bei 1,79,620 schon den nächsten Bereich, wo der Markt hinlaufen kann. Also wenn diese Dynamik weiter entstanden, beziehungsweise diese entstandene Dynamik weiter erhalten bleibt, dann ist es doch interessant zu sehen, was der Markt hier macht. Natürlich ist der Markt hier gestern auch schon sehr, sehr weit hoch gelaufen. Das ist immer so ein bisschen das Thema, wie kann man sich absichern, welche Handelssignale werden noch getradet. Aber gerade für den kurzfristigen Bereich, diese Dynamik, die hier entsteht, lässt sich doch sehr, sehr schön auch miteinander bearbeiten. Und wenn man sich mal hier beispielsweise den Stundenchart anschaut, dann sieht man halt auch die Trendverläufe. Ich mache das mal ganz kurz eben noch etwas größer. Ich hoffe, der Markt zeigt uns das. Genau, also Sie sehen, Sie haben halt immer wieder diese Schwünge hier drin, wo es auch immer mal wieder Korrekturen gibt, wo wir aus den Korrekturen heraus auch in den Stundentrend hineintraden können. Das können wir nutzen mit Blick auf die untergeordneten Zeiteinheiten. Aber der Schwung vom Tag her ist hier erstmal definitiv auch mit nach oben gerichtet. Also das zum Kandollar, Schweizer Franken. Und damit zum dritten Paar für heute. Es ist wieder ein Währungspaar und zwar Schweizer Franken, japanischer Yen. Auch den ziehe ich einfach mal hier in den Chart hinein. Eine interessante Situation aus Sichtweise wieder auch auf den Trendverlauf hinein. Sie sehen, wir sind hier gerade in einem Abwärtstrend, in einer, ja sage ich mal, mittlerweile gut korreierten Bewegung. Die letzte Bewegung lief ja von hier oben. Ich habe das auch mit den Fibonaccis mal reingezeichnet. Wie schon gesagt, ich benutze die Fibonacci-Level hier in einer etwas anderen Art. Ich habe mir die angepasst, dass ich die Korrektur-Tiefe von den Prozenten hier sehe. Einfach um einzuschätzen, wie weit ist denn der Markt jetzt hier zurückgelaufen. Und Sie sehen, was hier momentan passiert. Wir haben jetzt die gut reingelaufene Korrektur. Alles klar, wir sehen hier auch alles grüne Kerzen. Also von der Seite her mag man sich jetzt fragen, wieso sage ich jetzt hier, man muss das Ganze mal so ein bisschen in der Trendrichtung auch betrachten. Wir haben übergeordnet immer noch einen Abwärtstrend, wenn man sich das Ganze hier sieht. Die Stunde ist ganz klar aufwärtsgerichtet. Das muss man auch sehen. Das heißt, wir korrigieren ja logischerweise diese Bewegung hier, diese Abwärtsbewegung. Da muss ja auch ein Aufwärtstrend über die Korrektur vorhanden sein. Und der Grund, weshalb diese interessante Situation für mich jetzt hier so ist, wie sie ist, ist die Tatsache, dass wir hier in einem momentanen Widerstandsbereich sind. Sie sehen, dass hier um diese Tiefs, beziehungsweise hier, also um diesen Bereich von 110,4. Da will der Markt seit drei Tagen nicht wirklich richtig hinaus. Also das scheint schon wirklich ein Widerstandslevel zu sein, wo wirklich die Marktteilnehmer nicht wirklich auf die Käuferseite kommen, aber auch kein richtiger Verkaufsdruck aufkommt. Das heißt, hier an dieser Stelle können jetzt zwei Dinge passieren. Also Nummer eins, wir prallen ab. Dann läuft der Markt nach unten. Wenn wir uns das Ganze dann mal in dem Stundenchart anschauen, dann haben wir hier die Situation, die wir sehen, wenn der Stundenchart dann bricht und hier drunter läuft. Hier haben wir ja das letzte Korrektur-Tief dieses Aufwärtstrends in der Stunde. Den Aufwärtstrend, den sehen wir ja hier. Wenn dieses Tief unterschritten wird, dann sind wir schon wieder abwärts gerichtet. So, jetzt sehen wir hier ein Korrekturmuster im Aufwärtstrend. Das sind halt die zwei Dinge, die hier zueinander laufen. Wir haben hier die Hochseite. Die kommt nicht richtig weg, aber wir haben hier sozusagen die, wenn Sie das mal so sehen wollen, die Seite der Tiefs. Und die Tiefs steigen immer weiter an. Das ist so eine Situation, da steigt der Verkaufdruck langsam an, der Kaufdruck langsam an, weil die Käufer immer früher in den Markt hineinkommen. Und das kann uns jetzt dazu bringen, dass der Markt halt auf beide Seiten ausbrechen kann. Wenn sich dieser Druck von unten nach oben immer weiter aufbaut, ist das hier ein Zeichen dafür, dass der Markt nach oben raus will. Das heißt, hier kann es dann dazu kommen, dass der Markt Spannung aufbaut und sich dann entsprechend hier nach oben entlädt. Dann hätten wir die Situation, dass wir hier im kurzfristigen Bereich, wenn wir das mal auf Stundenbasis betreffen, in die Bereiche dieser Tageshochs hier hineinlaufen können. Das heißt, Sie sehen ja hier, wo diese Tageshochs liegen. Da kommt es mir jetzt nicht auf den Preis an. Die Optik ist hier wichtig. Das können Sie nachher in den Trends oder den Trades selber ausarbeiten. Aber wir haben hier diese Tageshochs sehr eng aneinander liegen. Das heißt, kommt es hier zum Schub nach oben, dass in der Stunde dieser Deckel hier rausgenommen wird, dann haben wir schon die Chancen, dass der Markt hier drüber läuft. Und wenn es dann einmal zur richtigen Dynamik kommt, dann kann es auch ohne weiteres passieren, dass der Markt hier schon, schauen Sie, hier drüber läuft. Und dann haben wir die Anlaufbereiche, dass der Markt Dynamik nach oben entwickeln kann und in die nächsten Widerstandsbereiche einläufen kann. Das ist die eine Seite. Wenn es allerdings hier weiterhin zu diesem Seitwärtsdümpeln sozusagen kommt, dann kann es auch ohne weiteres passieren, dass wir im Markt hier sowas sehen, dass wir hier sozusagen, wir haben hier leicht immer die Hochs nach oben geschoben. Das heißt, wenn man das mal so richtig sehen will, ist das hier Bewegung bis zum Tief, Korrektur und leicht höhere. Dann haben wir hier die Korrektur, wieder hier ein leicht höheres Hoch. Wenn das immer kürzer wird, diese Schwünge immer kürzer wird, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass der Markt nach unten rausbricht und dann hier sozusagen früh diese Aufwärtsdynamik bricht und dann nach unten läuft. Und das ist dieses Spannungsumfeld, was immer so gut zu betrachten ist, weil man sieht hier relativ gut, was der Markt, was die Marktteilnehmer macht. Es ist zwar teilweise schwierig zu handeln, aber wenn einmal ein Schub dann in eine Richtung kommt, ist der dann meistens auch doch von Nachhaltigkeit geprägt. Also hier der Blick auf die Aufwärtsseite und jetzt schauen wir noch mal, wenn es zum Abprall nach unten kommt, dann habe ich ihn hier in den Tagesschat auch eingezeichnet beziehungsweise ist im Stundenschatt auch ersichtlich. Dann kommt es natürlich hier zu den Tiefs, die wir hier haben. Das heißt, hier kommt erst mal dann der nächste Anlaufpunkt. Na klar, auf alle Fälle erst mal das Tagestief von heute. Das ist hier, denke ich, aber nicht ganz so wichtig. Ich denke, wichtiger ist, damit es Abwärtsdynamik gibt, das Tagestief der Kerze von gestern bei 109,917. Und danach schiebt der Markt nach unten. Wir sehen dann hier in diesen Bereichen um die 100, was haben wir hier zwischen 109,4 und 109,58 in diesem Bereich eine Unterstützung. Dann haben wir hier bei 109,154 eine Unterstützung. Und dann läuft der Markt schon langsam wieder runter zu diesem Tief hier. Also wenn wir hier eine Umkehr bekommen, ein Umkehrsignal, eine Umkehr der Nachfrage in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends, dann haben wir hier schon die Punkte nach unten liegen mit Ziel erst mal dieser Bewegung dann im aktuellen Tiefbereich. Das sind hier die Variablen, die wir spielen können. Und mit Blick auf den Tagesschat hat der Markt natürlich auch noch Luft nach oben, weil dieser Abwärtstrend wird ja erst rausgenommen, wenn wir hier oben drüber laufen. Das heißt, die Korrektur könnte auch nach oben laufen, aber wir sind schon weit korrigiert. Und aus diesem Grund werfe ich auf solche Chart-Situationen gerne einen Blick, wann es Zeit wird, rumzudrehen. Weil da ist man häufig, wenn man gut hinschaut, der Early Bird und kann sich eng absichern. Und wenn es dann klappt, hat man natürlich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, nach unten hin in die Bewegung hinein ordentlich Geld zu verdienen. Damit, ja, soweit für die heutigen Handelsideen. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere für sich an Idee auch mitnehmen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Handelstag. Wir sehen bzw. lesen voneinander wieder morgen so gegen 8 Uhr. Und dann um 9 Uhr starten wir wieder mit der Besprechung der Handelsideen. Und morgen ist Freitag. Da gibt es ja auch wieder etwas Edukation. Im Moment machen wir das ja so, dass wir an dem Freitag die Webinare immer die Handelsideen und die Edukation zusammen machen. Ich bin gerade dabei, dass wir hier eine Strategie ausarbeiten, dass wir um 14 Uhr am Freitag, am frühen Nachmittag sozusagen, auch den edukativen Teil hier mit reinnehmen, dass wir das voneinander auch ein bisschen trennen können, dass die Morgensitzung nicht ganz so lang wird und Sie sich dann eher auf den Handel konzentrieren können. Das probieren wir einfach mal aus. Ich denke so, im Juni werden die Vorbereitungen hier abgeschlossen sein, so dass wir das Ganze dann an den Freitagen dann miteinander auch trennen können. Also, wir sehen und hören uns morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Mike Seidel